Das Middle East Broadcasting Center ist ein saudischer Medienkonzern mit mehreren Hörfunk- und Fernsehsendern. MBC hat seinen Hauptsitz in der Stadt Dubai in der Dubai Media City. Sender MBC 1 ist ein arabischer Unterhaltungssender, der stündlich Nachrichten sendet. Der Sender strahlte für lange Jahre die arabischsprachige Version des britischen Fernsehquizzes Who Wants Tobi A. Milner. Aus MBC 2 sendet überwiegend Filme, MBC 3, Cartoons und Kinderprogramme. MBC 4 ist der Show- und Serienkanal. MBC Action sendet überwiegend amerikanische Unterhaltungsshows im Original mit arabischen Untertiteln. Al Arabiya ist ein 24-stündiger Nachrichtenkanal in arabischer Sprache. MBC FM ist ein arabischsprachiger Unterhaltungsradiosender, Panorama FM ein arabischsprachiger Musikradiosender.